Deutsch lernen durch Hören Das Ding Es ist Frühling, die Sonne scheint, in den Gärten vor den Häusern blühen bunte Blumen. Emma sieht sich die Blumen lächelnd an. Sie hat gute Laune, weil sie heute frei hat und das Wetter so schön ist. Darum möchte sie in einem Café eine Tasse grünen Tee trinken und vielleicht auch ein Stück Kuchen essen. Aber dafür möchte Emma erst in die Speisekarte gucken, was für Kuchen es gibt. Sie wünscht sich ein großes Stück Erdbeerkuchen mit Sahne. Den isst sie am liebsten. Auf der Terrasse vor dem Café findet Emma einen freien Tisch in der Sonne. Als sie Platz genommen hat, schaut sie in die Speisekarte. Leider gibt es noch keinen Erdbeerkuchen. Erst nächste Woche. Also bestellt Emma nur eine Tasse grünen Tee mit Zucker. Während sie auf ihren Tee wartet, beobachtet sie die Leute, die am Café vorbeigehen und die Autos, die vorbeifahren. Es dauert nicht lange, bis der Kellner zurückkommt. Er bringt Emmas Tee auf einem kleinen Tablett. Neben der Tasse liegt ein Tütchen Zucker. Hier ist ihr grüner Tee. Bitte schön, sagt der Kellner, als er die Tasse auf dem Tisch abstellt. Vielen Dank, antwortet Emma. Sie bezahlt auch direkt. Plötzlich hört sie Lärm von der Straße. Es gab einen kleinen Unfall. Zum Glück wurde niemand verletzt. Alle Leute gucken zur Straße, bis die Polizei kommt und es wieder ruhig ist. Emma möchte von ihrem Tee trinken und bemerkt einen Brief auf dem Tisch neben der Tasse. Für Emma steht auf dem Brief. Seltsam, denkt Emma. Wo kommt der denn her? Sie sieht sich um, aber niemand guckt zu ihr herüber. Niemand benimmt sich auffällig. Vielleicht findet sie eine Antwort auf ihre Frage in dem Brief. Neugierig öffnet Emma ihn und beginnt zu lesen. Liebe Emma, wir brauchen die Kiste. Leg sie heute Abend um 18 Uhr unter die Bank am See im Park. Jetzt hat Emma noch mehr Fragen, aber immer noch keine Antwort. Sie überlegt. Von wem ist wohl der Brief und welche Kiste ist gemeint? Vielleicht geht es um die Kiste, die ich von meinem Opa bekommen habe. Leider weiß Emma nicht, was in der Kiste ist. Das möchte sie jetzt aber gerne wissen. Schnell trinkt sie ihren Tee aus und läuft nach Hause. Die schönen bunten Blumen in den Gärten scheint sie nicht mehr zu sehen. Emma will nur noch nach Hause zu der Kiste. Vor ihrer Haustür holt sie eilig ihren Schlüssel aus der Handtasche. Sie ist so aufgeregt, dass ihr der Schlüssel beim Öffnen der Tür aus der Hand fällt. Emma hebt ihn auf und öffnet endlich die Tür. Schnell geht sie in ihr Schlafzimmer. Dort steht die Kiste im Schrank. Sie ist aus schwarzem Holz und es sind rote Rosen darauf. Vorsichtig öffnet Emma die Kiste, aber sie weiß immer noch nicht, was darin ist. Da liegt ein seltsames Ding auf dunkelblauem Stoff. Was ist das? fragt sich Emma ratlos. Das Ding in der Kiste ist nicht rund, aber auch nicht eckig. Emma kann nicht einmal sagen, welche Farbe es hat. Erst ist es grün, dann sieht es eher blau aus, aber vielleicht ist es auch lila. Emma ist unsicher. Das Ding verändert sich, während Emma es anguckt. Es liegt noch in der Kiste. Emma möchte es nicht herausnehmen. Es macht ihr etwas Angst. wieder überlegt sie. Was ist das? Aber sie bekommt natürlich keine Antwort. Sie ist alleine in ihrer Wohnung. Was macht man damit? überlegt sie. Emma hat keine Ahnung. Das Ding sieht ganz anders aus, als alles, was sie kennt. Sie hat viele Fragen im Kopf. Woraus besteht das Ding? Es ist glatt. Oder doch nicht? Jetzt sieht es rau aus. Ist da eine Taste? Was passiert, wenn man da drauf drückt? Vielleicht ist es eine Maschine, ein Gerät für... Ja, für was? Emma hat keine Idee. Ob das Ding gefährlich ist, fragt sie sich. Kann ich es den Leuten geben, die mir den Brief geschrieben haben, oder soll ich es lieber zur Polizei bringen? Ratlos sitzt Emma auf dem Bett. Sie schließt die Kiste wieder, weil sie das Ding nicht mehr sehen möchte. Es macht sie ganz verrückt. Was soll ich jetzt damit tun, überlegt Emma. In den Park oder zur Polizei? Sie entscheidet sich für den Park. Ihre Neugier ist zu groß. Sie will wissen, wer die Leute sind, die die Kiste haben wollen. Kennt sie die Leute vielleicht? Schließlich kennen sie ihren Opa. Es dauert noch ein paar Stunden, bis es 18 Uhr ist. Emma weiß nicht, was sie in der Zeit machen soll. Sie kann nur an die Kiste und das Ding darin denken. Um nicht mehr daran denken zu müssen, putzt Emma erst die Küche, dann das Badezimmer und schließlich fegt sie den Flur. Nun ist es 17 Uhr und Emma geht mit der Kiste in der Handtasche zum Park. Sie fühlt sich nicht wohl mit dem Ding auf der Straße. Es sind so viele Leute unterwegs und Emma weiß immer noch nicht, was das Ding machen kann und ob es gefährlich ist. Im Park nimmt sie die Kiste aus der Handtasche. Sie steckt sie in eine weiße Tüte, bevor sie die Kiste unter die Bank legt. Denn die schwarze Kiste mit den roten Rosen darauf ist sehr auffällig. Als die Tüte unter der Bank liegt, versteckt Emma sich hinter einem Baum. Es ist noch nicht ganz 18 Uhr. Erst in drei Minuten ist es soweit. Und ungeduldig steht Emma hinter dem Baum. Sie beobachtet die Bank aufmerksam, aber niemand kommt ihr nahe. Nach ein paar Minuten kommt ein Kind, das etwas in den Mülleimer neben der Bank wirft, aber für die Kiste in der Tüte interessiert sich immer noch niemand. Die Zeit vergeht. Alle Leute gehen an der Bank vorbei, ohne stehen zu bleiben. Emma wartet schon seit einer halben Stunde. Dann bellen zwei Hunde. Sie dreht sich zu den Hunden um. Die Besitzer halten die Tiere fest. Einer von ihnen zieht seinen Hund vom anderen weg. Emma sieht wieder zurück zur Bank. Die Kiste ist weg. Deutsch lernen durch Hören Die Kiste ist weg. 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 Bis zum nächsten Mal.